ja hallo und herzlich willkommen zu einem tutorial oder einem ersten tutorial video zu dem raspberry pi image des medienzentrums und des nlq des niedersächsischen landesinstituts für schulische qualitätsentwicklung heute möchte ich euch ein thema nahe bringen dass wir jetzt mit der neuen beta version unseres raspberry pi images veröffentlicht haben und zwar habe ich ungefähr vor drei wochen ein kleines skript gefunden welches von pina merkert veröffentlicht wurde in der ct der zeitschrift welches unter gnu public license veröffentlicht wurde also unter einer offenen lizenz und ich habe mich hingesetzt und habe dieses skript ein bisschen angepasst so dass das hier mit diesem system läuft und zwar geht es um das thema kiai also künstliche intelligenz im weitesten sinne und zwar ist das ziel von mir wisst ihr ja mit diesem image hier überhaupt die barrieren zu senken dass man relativ schnell unterrichtsinhalte aus dem bereich medienerziehung medienbildung und auch informatischer bildung relativ leicht und schnell umsetzen kann und das ist hier jetzt der fall weil ich einen neuen menüpunkt hier in das image hinzugefügt haben und zwar hier jetzt im bereich kiai und wir finden hier jetzt das gpt 3 test system doch einmal ganz kurz vorweg was ist das gpt 3 test system wir haben 2021 mehrere wissenschaftliche veröffentlichungen gehabt und zwar von der open ai foundation aus amerika open ai ist obwohl ich bin mir gar nicht sicher ob es eine foundation ist also open ai hat gpt 3 entwickelt und gpt 3 ist das zurzeit mächtigste oder vielleicht mit das mächtigste natürliche sprachsystem welches ja über ein neuronales netzwerk und deep learning das sind begriffe die ihr gerne mal nachlesen könnt wenn ihr das nicht kennt gelernt hat mit natürlicher sprache umzugehen das heißt so wie wir menschen sprechen wie wir gewohnt sind zu sprechen grammatikalisch demantisch kontextuell hat das system im endeffekt gelernt indem es eine ganze menge an texten in den letzten jahr wahrscheinlich jahren gelernt hat man kann das hier mal so in diesem wikipedia artikel der ist leider nur in englisch erhältlich sehen dieses künstliche intelligenzsystem hat sich also über 60 prozent seiner daten aus dem internet geholt oder hat bücher gelesen also common crawl ich vermute mal das ist eine eine firma die im endeffekt daten aus dem internet raus zieht als texte abspeichert und dann sozusagen als lern daten zur verfügung stellt hier sehen wir verschiedene andere quellen das heißt das system hat eigentlich folgendes gemacht es ist im endeffekt einfach so auf sprache losgelassen worden ohne dass man ihm vorher erklärt hat was sprache ist das heißt das system hat sich selber beigebracht die sprache funktioniert hat ganz ganz viele sprach ja beispiele genommen und wie gesagt hier sind wahnsinnig viele informationen geflossen und es hat jetzt also gelernt mit sprache umzugehen und zwar mit natürlicher sprache und es ist so dass open ai 2021 veröffentlicht hat dass sie jetzt eine öffentliche beta version rausbringen wo jeder mann darauf zugreifen kann theoretisch praktisch aber eben nicht so einfach weil das ganze hinter einer api steckt also einer programmierschnittstelle und das problem dabei ist dass es keine anwendung gibt im internet wo man das einfach mal ausprobieren kann das heißt man hat keine chance auch mit schülern nicht oder mit schülerinnen und schülern nicht oder auch von pädagogischer seite her nicht dieses system einfach mal eben so auszuprobieren das hat den hintergrund dass open ai das ding zwar aufgemacht hat aber jedem der daran teilhaben möchte im endeffekt nur ein kleines kontingent von 18 dollar gegeben hat die man im laufe eines testzyklus verballern kann also verbrauchen kann um dieses system zu testen aber man muss dafür natürlich die api programmieren und wir haben euch das sehr sehr leicht gemacht mit diesem image dass ihr das einfach ausprobieren könnt ohne viel arbeit zu haben und ohne direkt unmittelbar gleich ins programmieren einsteigen zu müssen für mich war das ein sehr schönes beispiel weil ich da sehr viel gelernt habe über python habe ein bisschen python programmiert habe eine kleine gui dafür geschrieben und pina merkert hat im endeffekt das grundgerüst geschrieben wie diese api auf das gpt3 system zugreifen mehr informationen erhaltet ihr hier bei open ai.com vielleicht noch einen hintergrund zu dieser firma die da steht das sind die üblichen player die im digitalen eine große rolle spielen das heißt wer steckt dahinter zum einen ist es elon musk der natürlich ja da als investor ganz stark drin hängt zum zweiten hängt sam eltman drin das ist ein wichtiger oder ein bekannter forscher aus dem bereich der auch als als chef des unternehmens als ceo von open ai fungiert also diese menschen oder unter anderem diese zwei menschen gehören zu den gründern oder den den grundförderern dieses unternehmens und mittlerweile ist auch bekannt dass microsoft mit einem ganz dicken paket im grund sitzt die haben investiert und sind auch soweit ich weiß die einzigen die zurzeit wirklich voll auf das komplette system zugreifen dürfen ein schelm wer böses dabei denkt das heißt die macht dieses system zu nutzen microsoft hat da auf jeden fall sehr sehr großen sehr sehr große möglichkeiten zurzeit damit zu arbeiten wozu das ganze naja es sind jetzt einige sachen schon bekannt geworden gpt 3 soll zum beispiel genutzt werden über natürliche sprache zum beispiel programm code zu entwickeln wenn man weiß dass microsoft zum beispiel gerade github gekauft hat ein großer großer code speicher kann man sagen also programm code es geht um die programmierung von computer das heißt dieser programm code liegt dort bei github und microsoft kann im endeffekt jetzt anfangen dieses so nachdem ich jetzt den api key eingetragen habe kann ich nun den lokalen server starten also ist so gelöst dass es sich um eine lokale anwendung handelt die im web browser läuft darum ist es auch echt ein bisschen komplexer das ganze zum laufen zu bringen und für pädagoginnen und pädagogen mit nicht so viel erfahrung nicht so ganz einfach darum haben wir das hier halt schon vor konfektioniert jetzt kann man anfangen hier seinen text rein zu schreiben und ich habe da schon mal was vorbereitet den ich jetzt hier rein kopieren werde das ist tatsächlich so dass jedes mal wenn ich den text nehme auch ein anderer text bei rauskommt aber ich werde das jetzt einfach hier mal so nehmen so und ich kopiere jetzt den text einfach hier rein und wenn man hier diesen balken sieht der darunter läuft wenn der unten ist dann wird sozusagen dieser text weg geschickt an gpt3 und ja man bekommt hoffentlich ein ergebnis von der maschine ich lese den text einmal vor es war an einem sonntag der kleine matthias freute sich schon seit wochen darauf seine angelroute endlich auszuprobieren er stand deshalb früher als gewöhnlich auf und trank einen kaffee stieg ins auto und fuhr zur doofe elbe dort angekommen packte er zum allerersten mal sein angelzeug aus und knotete den köder an das vorfach warten wir noch zehn sekunden ungefähr und dann wird der text auch weggeschickt und die antwort sozusagen wie die geschichte semantisch logisch weitergehen kann kommt zurück schauen wir mal ob das klappt doch matthias hatte kein glück die angelroute war zu schwer für ihn und so war es ihm nicht möglich den köder in die richtige position zu bringen schließlich gab er auf war seine angelroute in den fluss und ging nach hause am abend erzählte er seiner mutter von seinem unterfangen sie sagte du hast es zwar nicht geschafft aber das ist auch gar nicht so wichtig du hast deine erste angelroute ausprobiert und das ist doch das wichtigste ja also sogar eine geschichte mit einem richtigen kurzen ende so und ich denke mal ihr werdet selber ganz viele beispiele finden wir das umsetzen könnte ich blende jetzt noch mal die denselben text ein wie ich die antwort von gbt3 das erste mal bekommen hat und ihr seht dass die ergebnisse sich auch ändern können experimentiert damit probiert es aus macht eure erfahrungen setzt schüler da mal dran es ist wirklich spannend mit diesem sprachsystem seine experimente zu machen und ich habe jetzt hier noch einen text reingeschrieben warum ist es sinnvoll dass pädagogen sich mit künstlicher intelligenz beschäftigen und ich hoffe dass uns das system eine gute antwort liefert ich lasse die zeit mal schneller ablaufen und ich verabschiede mich an dieser stelle und wünsche euch viel spaß beim experimentieren mit diesem system künstliche intelligenz hat das potenzial die arbeit von pädagogen zu unterstützen und zu erleichtern so kann sie beispielsweise dabei helfen lerninhalte personalisiert anzupassen und automatisch aufgaben zu generieren auch bei der betreuung von schülern mit besonderen bedürfnissen oder bei der beratung von eltern kann künstliche intelligenz eine hilfe sein vielen dank fürs zuschauen bei